Du bist mit dem E-Bike unterwegs und der Saft ist dir ausgegangen? Wir verraten dir, wie und wo du mühelos die nächste E-Bike-Ladestation findest und stellen dir die besten Apps für die Stromsuche vor. Dir ist auch schon einmal bei einer längeren E-Bike-Tour der Akku leer gegangen? Früher wäre das ein Desaster gewesen. Stell dir vor, du musst dein Bike-Kilometer oder Höhenmeter weit nach Hause treten. Heute sieht das Ganze schon viel besser aus. Es gibt immer mehr Ladestationen, an denen du deinen Akku auf Tour aufladen kannst. In diesem Video zeige ich dir, wie du die nächste E-Bike-Ladestation schnell und einfach findest. Bei Unity ist Experte in Sachen E-Bike-Sicherheit. Ich bin Matthias von PowerUnity und befasse mich in dieser Folge für dich mit E-Bike-Apps zum Thema Ladestationen. Wenn dich das interessiert, dann bist du auf dem richtigen Kanal gelandet. Abonniere PowerUnity und werde Teil unserer Powerful Community. Bevor wir uns damit befassen, wie du Ladestationen findest, ein paar wichtige Infos zum Laden unterwegs. Das Laden von E-Bikes dauert länger als das von E-Autos. Mit drei Stunden musst du mindestens rechnen, wenn dein Akku leer ist. Manchmal sind es auch fünf. Die Kosten halten sich, trotz gestiegener Strompreise, in Grenzen. Oft ist das Laden sogar ganz umsonst. Nimm aber unbedingt ein eigenes Ladekabel mit. Denn noch gibt es keinen einheitlichen Standard, den alle Ladestationen unterstützen. Außerdem kannst du dich nicht darauf verlassen, dass du dir ein passendes Kabel leihen kannst. Damit kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Und zwar die Arten von Ladestationen. E-Bike-Ladestationen lassen sich nach der Art des Ladevorgangs in zwei Varianten einteilen. Variante 1, du schließt dein E-Bike direkt an der Ladestation an. Variante 2, du entnimmst zuerst den Akku und lädst ihn dann auf. Außerdem gibt es unterschiedliche Bauarten, zum Beispiel Ladesäulen oder Fahrradständer mit Steckdosen. In der Regel kannst du dein E-Bike in jede E-Bike-Ladestation anschließen, solange du ein passendes Kabel zur Hand hast. Wenn du auch ein gutes Gefühl haben möchtest, wenn du dein E-Bike mehrere Stunden an einer Ladesäule parkst, solltest du es allerdings gut absichern. Am besten mit einem GPS-Tracker und einem soliden Fahrradschloss. In diesem Video hier oben zeige ich dir, welche Fahrradschlösser dafür geeignet sind und welche nicht. Doch zurück zum Thema. Wie findest du nun die nächste Ladestation? Wenn du unabhängig von Strom sein willst, kannst du dir in deine Tourkarte einfach Standorte mit E-Bike-Ladestationen einzeichnen, die ausdrucken und mitnehmen. Willst du lieber per Smartphone zur Ladestation navigieren? Dann brauchst du eine geeignete Fahrrad-App. Natürlich spricht nichts dagegen, beides zu kombinieren. Eine Smartphone-App und eine Karte für den Fall, dass deinem Handy der Strom ausgeht. Hast du dich für die Smartphone-Variante entschieden, kannst du zwischen mehreren Apps wählen. Keine davon zeigt dir natürlich alle Ladestationen an, aber je nachdem, in welcher Gegend du unterwegs bist, bekommst du eine gute Auswahl. Einige der aktuell besten Apps für die Suche nach E-Bike-Ladestationen stelle ich dir jetzt vor. Erstens, Komoot. Komoot gehört zu den bekanntesten Apps für die Routenplanung und Navigation. Hier ist auch eine begrenzte Anzahl von E-Bike-Ladestationen eingetragen. Du kannst mit Komoot On- und Offline navigieren und es gibt eine Sprachnavigation sowie Community-Features. So richtig lohnt sich die App allerdings nur im Premium-Abo und das ist, abgesehen von Aktionszeiträumen, nicht ganz billig. Zweitens, Outdoor Active. Der größte Konkurrent von Komoot heißt Outdoor Active. Beide Apps sind sich sehr ähnlich, inklusive des Preises. Wie Komoot zeigt dir auch Outdoor Active eine kleine, aber feine Auswahl an E-Bike-Ladestationen an. Drittens, Bike Map. Auch Bike Map verbindet Navigation und Routenplanung. Neben Werkstätten oder Toiletten zeigt dir die App Ladestationen für dein Bike an. Leider ist die kostenlose Version seit einiger Zeit so eingeschränkt, dass eigentlich nur noch ein Abo Sinn macht. Viertens, Lade.station. Bei der App Ladepunktstation von Radfahren.de ist der Name Programm. Aktuell findest du hier etwa 4000 Ladestationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Tendenz ist steigend. Anfangs hatte die App Anlaufschwierigkeiten. Mittlerweile funktioniert sie aber gut, wenn man den Rezensionen glaubt. Für die Routenplanung oder Navigation solltest du Ladepunktstationen allerdings nicht verwenden. Fünftens, E-Station. Mit rund 8000 verzeichneten Ladestationen liegt E-Station noch einen oben drauf. Eine Besonderheit an der App ist, dass Nutzer fehlende Stationen selbst eintragen und dadurch Punkte für die Pro-Version sammeln können. Allerdings sind manche Informationen wie bei allen Apps veraltet. Sechstens, Bike Energy. Mit der App von Bike Energy findest du nur Ladestationen des gleichnamigen Unternehmens. Davon gibt es zwar immer mehr, flächendeckend ist das Angebot allerdings nicht. Wichtig ist, Ladestationen von Bike Energy funktionieren nur mit einem Bike Energy Ladekabel. Das musst du dir vorher zulegen oder vor Ort ausleihen. Siebtens, Apps für Autoladestationen. Schließlich lohnt sich ein Blick auf Apps wie ChargeMap oder EnBW Mobility Plus. Die richten sich zwar eigentlich an Besitzer von E-Autos, decken aber teilweise auch Ladestationen für E-Bikes ab. Meistens kannst du Ladesäulen über die Leistung filtern. Das ist etwas mühsam, aber eine gute Option, wenn du verschiedene Elektrofahrzeuge fährst und nur eine einzige App verwenden willst. Fassen wir also zusammen. Es gibt nicht nur immer mehr E-Bike Ladestationen, sondern auch immer mehr Apps, die dir helfen, diese zu finden. Bekannte Vertreter wie Komoot oder Outdoor Active zeigen dir nur einen kleinen Teil an. Dafür kannst du sie aber auch für die Routenplanung und Navigation verwenden. Als Ergänzung bietet sich eine App wie E-Station an. Ganz fehlerfrei ist allerdings keine der hier vorgestellten Apps. Wenn du in sehr abgelegenen Gegenden unterwegs bist, empfehlen wir dir deshalb, sicherheitshalber einen zweiten Akku mitzunehmen. Das kostet zwar Geld und hat ordentlich Gewicht, dafür strandest du aber nicht so einfach mit leerem Akku im Nirgendwo. So, das war's für heute von mir. Wenn du noch mehr Tipps rund um E-Bike-Sicherheit und GPS-Technik erhalten möchtest, dann schau auf unserer Themenseite PowUnity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Du informierst dich aber lieber auf YouTube? Na dann abonniere mit einem Klick auf diesen Button unseren Kanal und schau dir alle PowUnity erklärt Artikel ganz einfach als Video an.